hallo meine freunde von andys holzkiste ich habe mir eine akkusäbelsäge von bosch geleistet die psa 18 li und wenn man so die normalen produktbeschreibungen sieht dann stellt man immer wieder fest da wird nur getestet in der werkstatt eine akkumaschine macht für mich allerdings wenig sinn wenn man sie in der werkstatt testet sondern es ist ja eher dafür gedacht dass man keinen stromanschluss gerade zur verfügung hat oder dass man schwer zugängliche stellen hat wo ein kabel behindern würde und wenn euch das interessiert wie ich das teste dann bleibt dran bevor wir anfangen mit dem testen packe ich natürlich erstmal aus da ist ein ladegerät ein akku ist bei und und zum lieferumfang gehört natürlich auch die maschine aber da war doch auch noch ein sägeblatt ah ja richtig das ist in der verpackung hier ein bisschen seltsam verpackt aber man findet es ist ein sägeblatt für metall und holz gemeinsam also sie liegt erstmal schon schön in der hand für den pendelhub gibt es eine einstellung von ganz langsam auf turbo dann gibt es diesen sicherheitsschalter und natürlich die sds entriegelung für das sägeblatt was total praktisch ist lässt sich sehr leicht einführen wenn man es dann los lässt es ist auch sofort fest der akku wird einfach nur hinten aufgeschoben total einfach und dann ging es auch raus in die natur schon ich hatte die möglichkeit beim nachbarn die korkenzieherweide zu fällen und das ist natürlich ganz praktisch wenn man mit seiner säge mal was austesten will im unterschied zur werkstatt federn natürlich kleinere äste ganz schön stark und verstärken die vibrationen der maschine dann noch umso mehr ja hier kann man mal sehen wenn man jetzt ungünstig zu etwas steht kann man auch diese säge ein bisschen verbiegen beim sägen zwischendurch wird immer alles schon klein gemacht in kaminholz länge was mich immer wieder erstaunt hat war dass trotz der vibrationen ein recht sauberes sägeergebnis zustande kommt so wie man sieht ich habe den baum nicht ganz geschafft mit dem akku aber es hat sich bis dato ganz gut gesägt die vibrationen sind natürlich da ist klar aber das hat sich gar nicht so schlecht angefühlt jetzt werde ich mal gucken wie schnell ich diesen akku wieder aufladen kann und dann schauen wir mal weiter ja man sieht ja es ist ein ordentliches sägeergebnis zustande gekommen zweieinhalb stunden oder zwei stunden reine sägeleistung dann dazwischen eine stunde aufladen und dann ging es weiter mit dem akku ich sage mal bis zu 15 cm dickes holz lässt sich ohne probleme damit schneiden man sollte dann bloß ein sägeblatt benutzen was für holz gedacht ist aber ansonsten ein super gerät für draußen wenn man keine möglichkeit hat strom zu benutzen in meiner bastelwerkstatt da habe ich noch viele einsatzgebiete für diese säbelsäge gefunden ich mache damit zum beispiel auch hier super fein diese rinde ab von diesem holzklotz weil sie sich natürlich auch biegt und ein bisschen flexibel ist lässt sich das hervorragend damit arbeiten ja sowas ist nämlich auch denn der große vorteil von dieser säbelsäge stichsäge würde natürlich hier bei diesem dicken stücke keine chance haben und wenn ihr euch dafür interessiert was so in meiner holzwerkstatt ansonsten noch passiert dann schaut mal rein bei andy aus der holzkiste tschüss 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 tsch